Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich fachlich noch einmal zu Wort gemeldet, nicht zu der juristischen Debatte, weil das eine Parlamentsdebatte, Minderheitenrecht und die Frage der Einsetzung des Untersuchungsausschusses und die interessante Frage von Dorothea Marx, ob damit nicht auch eine Fraktion selber zum Gegenstand eines Untersuchungsausschusses werden könnte. Das bewegt mich im Moment alles nicht. Das haben Sie alle selber im Herzen abzuwägen. Ich habe mich zu Wort gemeldet in der Sache selber, weil ein Prophet, ein selbsternannter, hier behauptet hat, dass es sich um Aktenmüll handeln würde. Und ich muss einfach sagen, als Vertreter der Betroffenen, und jetzt spreche ich als Vertreter der Konsumgenossenschaften, deren – das ist interessant, dass Sie da schreien – Sie wollen offenkundig nicht mal den Sachverhalt hören, den ich Ihnen schon als Oppositionsführer damals gesagt habe, als Sie noch regiert haben. Und da haben Sie auch nicht darauf reagiert. Es sind die Konsumakten aus zehn Konsumgenossenschaften, die von dem Konkursverwalter Wagner in der Firma Ad Acta, die er selber gegründet hat, komplett dorthin verbracht worden sind, und zwar nach gesetzlicher Überprüfung durch das zuständige Konkursgericht. Und ich habe den damaligen Innenminister, den damaligen Justizminister, darauf aufmerksam gemacht. Ich habe dazu auch ein Schreiben verfasst und habe das hier am Pult in der Aktuellen Stunde gesagt, dass in dieser Firma Ad Acta lauter Personalakten liegen von Firmen, die selber durch die Insolvenz gegangen sind und wo die Insolvenzgerichtsbarkeit nicht darauf geachtet hat, dass gegen viel Geld diese Akten korrekt deponiert worden sind, um sie jederzeit wieder prüfbar zu machen, nicht um sie wegzuschmeißen, sondern damit derjenige, der seinen Rentenauszug braucht, auch die Stelle bekommt. Insoweit hat der Konkursverwalter Wagner einen größeren Geldbetrag aus der Konkursmasse genommen und hat dafür die Firma Ad Acta bezahlt. Und viele weitere Konkurse sind in der Firma Immelborn Ad Acta eingelagert worden. Und später hat Herr Wagner das Unternehmen verkauft, als er sich komplett aus Thüringen zurückgezogen hat. Aber die Fach- und die Dienstaufsicht über Insolvenzverfahren, das würde mich mal interessieren, wann wir das eigentlich mal diskutieren wollten, wenn nämlich Gerichte dafür zuständig sind, ob die Materialien ordnungsgemäß hinterlegt sind und am Ende die Firma in Insolvenz geht, die lauter Insolvenzakten beaufsichtigen muss. Und ich stelle mir die Frage, was eigentlich passiert wäre, wenn wir Kenntnis davon gehabt hätten, wir Betroffenen vom Gläubigerausschuss der Konsumgenossenschaft Nordthüringen EG. Wenn wir Kenntnis davon gehabt hätten und ich hätte eine Anzeige beim Innenminister gestellt und hätte gesagt, wir brauchen Unterstützung, dort liegen die Akten und keiner von uns kann sie holen. Ich bin Herrn Hasse dankbar, dass er damals das Thema über die Anzeige aufgegriffen hat und gesagt hat, die Akten liegen offen rum. Dazu haben sich dann noch herausgestellt Patientenakten. Mit denen haben die Konkursgerichte gar nichts zu tun. Offenkundig haben Ärzte ordnungsgemäß nach gesetzlicher Auflage ihre Akten, ihre Patientenakten, die hochsensibel sind, auch bei dieser Firma gegen Entgelt hinterlegt. Und dann hat sich der Inhaber, der nicht mehr Herr Wagner war, sondern er hat es veräußert, weil er seinen kompletten Firmen veräußert hat, hat sich der Inhaber vom Acker gemacht und war für niemanden mehr zu finden. Der Skandal ist erst offenkundig geworden und das ist der Skandal von der Firma Ad Acta. Es ist nicht der Skandal von Herrn Hasse, es ist auch nicht der Skandal von Herrn Geibert, es ist der Skandal von der Firma Ad Acta und dann gucken wir uns den Vorgang Ad Acta an und stellen fest, die Firma Ad Acta hat Insolvenz angemeldet und das zuständige Insolvenzgericht hat geprüft und hat die Frage überhaupt nicht gestellt, was Gegenstand der betrieblichen Tätigkeit ist. Und ich frage mich relativ bestürzt an dieser Stelle, was wäre denn eigentlich, wenn das hochgiftiger Giftmüll wäre? Würde dann das Insolvenzgericht sagen, es interessiert uns nicht, wir haben keine Anzeigepflicht, wir müssen niemandem sagen, um was es geht. Also ich bin da etwas irritiert im Moment und sage, die Diskussion, ob denn nun der Herr Hasse irgendwann irgendjemanden zu Unrecht um Hilfe gebeten hat, ich weiß nicht, wen er um Hilfe bitten soll. Der Landtag, und da war ich auch noch Oppositionsführer, hat es im Ältestenrat des Landtags mehrmals thematisiert und hat gesagt, der Herr Hasse hat einen Antrag gestellt auf Unterstützung. Der Landtag hat ihm keine Unterstützung gegeben. Zuständig für personelle Ausstattung und zuständig für die finanzielle Ausstattung des Datenschutzbeauftragten ist aber der Landtag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie wirklich mal, sich an die eigene Nase zu fassen, weil wir das in der letzten Periode des Landtags miteinander im Ältestenrat beredet haben. Und weder der Landtag hat reagiert, noch das Geld ist zur Verfügung gestellt worden, um die Akten zu sichern. Das Einzige, was Herr Hasse gemacht hat, und dafür bin ich ihm dankbar, er hat Herrn Wagner ausfindig gemacht. Herr Wagner hat sich wieder als Insolvenzverwalter ins Recht einsetzen lassen von dem zuständigen Insolvenzrecht und hat dann die Aktenberäumung gemacht. Ich bin froh, dass die Akten, die jedenfalls Konsumakten sind, die jedenfalls über 30 Jahre dort, also mittlerweile ein Status von 30 Jahren, also das Insolvenzverfahren Konsum Nord-Thüringen hat 16 Jahre gedauert. Das heißt, 16 Jahre vorher wurden die Akten dort hinterlegt. Das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Wir reden also bei diesem Teil tatsächlich von Akten, die zu Recht entsorgt worden sind. Aber die Zerlegung, wann sind die Patientenakten reingekommen, wann sind die letzten Aktenbestände reingenommen worden, das, meine Damen und Herren, hätte dann nur von Herrn Hasse veranlasst werden können, wenn er die entsprechende Fähigkeit dazu gehabt hätte. Und er hat immer darauf hingewiesen, die Akteneinleger müssen die Akten zurücknehmen. Und die Akteneinleger, und das ist der Punkt, warum ich mich jetzt nochmal zu Wort gemeldet habe, der hat sich gemeldet, der Akteneinleger war Herr Wagner für Konsum Nord-Thüringen und diese Akten sind alle korrekt entsorgt worden. Das ist aber erst sozusagen klar gewesen, als Herr Hasse den Herrn Wagner persönlich sozusagen gegriffen hat, weil er längst im Ausland lebt, soweit ich weiß, dass er seit langer Zeit nicht mehr hier in Erfurt, nicht mehr in Thüringen ansässig und die Kanzlei gibt es gar nicht mehr. Insoweit ist es eine detektivische Besonderheit, dass Herr Hasse es geschafft hat, Herrn Wagner zu bekommen. Und Herr Wagner hat mittlerweile zumindest diese Akten alle bereinigt. Und falls Sie nochmal etwas... Herr Abgeordneter, ich bitte Sie, Ihre Redezeit ist um... Falls Sie nochmal etwas Zeit daran verschwenden wollten, ja, bevor Sie klatschen, dann sollten Sie mal darüber nachdenken, welche Haftung Gerichte haben, die über solche Insolvenzen entscheiden. Danke. Danke.